Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die Festtage hat Gott wieder eine grosse Auswahl an erstklassigen und preisgünstigen Fleischspezialitäten. Da sehen wir es gerade im Bild. Es gibt die mild gesalzenen, gut geräucherten Rollschinken, Schäufe, Nussschinken, Zungen, feine Schargüttere, Tretörspezialitäten sowie verschiedene Markensalami und viele andere Festspezialitäten. Profitieren Sie auch vom grossen, groben Festangebot an Frischboulet und anderem Festgeflügel. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie man abwechslungsreiche Festmühlen machen kann, ohne lange in der Küche zu stehen. Probieren Sie die feinen Quick-Fleischspezialitäten. Sie sind fix fertig im eigenen Saft vorgekocht und es gibt sie in grosser Auswahl. Zum Beispiel geräucherte Schweinshals, Nussschinken, geräucherte Rindszungen. Und besonders beliebt sind die geräucherten Rollschinken oder Schäufe zu günstigen Cooppreisen, wie alle Quick-Spezialitäten. Ebenfalls für das Festmenü gibt es die Grossaktion an Gemüse- und Fruchtkonserven. Achtet Sie auf das Plakat an den Coop-Läden. Etwas ganz Besonderes ist das Coop-Angebot an frischen Ananas. Ich möchte Ihnen gerade einmal zeigen, wie man einen Ananas aufschneiden kann. Zuerst kommt die Blattkronen weg und der Stielansatz. Dann schneiden wir es der Länge noch auf. Teilt es auf in kleine Schnitze. Den Strunk, den Härt in der Mitte schneiden wir noch weg. Und jetzt trennt man mit dem Messer das Fruchtfleisch von der Schale. Dann macht man kleine Schnitze. Und so können Sie es brauchen für ganz besonderes Dessert. Oder auch gerade zum Essen. Und jetzt zum aktuellen Aktionsspot. Bei Coop gibt es jetzt besonders günstig 100 Gramm Nescafé Gold, Koffein frei, zu nur 8.70 Franken. Und 200 Gramm Nescafé Gold für nur 14.90 Franken. Zwei Nachfüllbeutel Inca-Rom an 275 Gramm für nur 10.60 Franken. Und Pastetli-Füllung mit Champignons kostet nur 3.90 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es einen Liter roten Traubensaft für nur 1.60 Franken. Und ein Kilo Vitaminreiss Meteor kostet nur 1.75 Franken. Jetzt aber zu unserem 5.000 Franken Wettbewerb. Sie wissen, wie immer, 3 Produkte, die Sie jetzt gerade gesehen haben, auf der Postkarte. Ascoop Mittwochstudio, Postfach, 4.099, Basel. Einsendeschluss ist der 19. Dezember 1977. Und jetzt auf Wiedersehen miteinander, bis am nächsten Mittwoch, um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018